Als Jennifer Jones zum ersten Mal nach ihrer Lungentransplantation ohne technische Hilfsmittel atmete, war ihr Lebenspartner dabei und hielt diesen bewegenden Moment mit der Kamera fest. Vor der Operation konnte die Patientin das Haus nicht mehr ohne Sauerstoffmaske verlassen. Selbst Lachen wurde zu einer schwierigen Herausforderung. Grund für ihre Lungenprobleme war ein genetischer Defekt, der ihr nur noch rund 10% der normalen Lungenleistung übrig gelassen hatte. Die Aufnahmen entstanden in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Minnesota. Mit dem Video soll auch die Familie des Spenders sehen, was mit dem neuen Organ möglich geworden ist. Jones und ihr Partner wollen mit den Aufnahmen auch andere Menschen bewegen, die Möglichkeit einer Organspende zu überdenken. Der Lungenpatientin geht es den Angaben zufolge mittlerweile gut. Sie kann verreisen, ohne an Sauerstoff zu denken. Und auch vor dem Lachen hat sie keine Angst mehr.